Heute, Weihnachten, wirst du mir gehören. Ich liebe dich. Mama, ich geh zu Tobine zum Spanisch Lernen. Tschüss! Halt! Das kommt mir nach Spanisch zu an. Kümmer dich um deine Gebäste. Ich suche uns selbst was zu essen. Oh, ein Pinguin, der schmeckt die Züge küslich. Oh, Ariel, eine Frau hat uns von Frank Goliath mitgenommen. Oh, der, wir müssen ihn verweilen. Ah, was machst du hier? Was wirst du? Ich bin Ariel, wie mehr, junge Frau. Ich suche meinen Freund, Boliath. Was? Wenn? Mein Freund, der Pinguin. Ah ja, aber das ist doch unser Abendessen. Ich erfülle dir einen Wunsch, wenn du mir hilfst. Ah, ich weiß noch nicht. Mama, was werden wir heute essen? Einen gegrenzten Pinguin. Miii! 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 Oh, yeah! Mama! Was? Oh, das war uns. Oma, war Twoimma! O, ja, war drei, um sie zu Cuma! Miii! 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 Ich würde alle für dir machen. Wir leben dies. Ich mich auch nicht.